So, nach einer Weile ist mal wieder ein Video. Ganz kurzes Update-Video zu einem meiner Spiele. Version 1.2.1 ist raus. Im Google Play Store läuft das jetzt so langsam durch. Das ist das schon hochgeladen. Auch in meinem Shop sind die Links alle schon angepasst. Da habe ich nur das Problem, der APK ist zu groß, die kann ich nicht mehr hochladen. Da muss ich demnächst mal schauen, wie das läuft. Und so eine geteilte RAW oder 7-Zip oder irgend sowas akzeptiert der Idiot nicht. Da muss ich mal schauen, wie ich das demnächst mache. Das selbe Problem wäre ich dann wahrscheinlich mit der PC-Version reinrennen. Was ist jetzt aber eigentlich neu? Bei dieser Version neu sind im Grunde 4 Level, ein paar neue Charakter, eine Kamera, eine Zoom-Option, also ein paar kleinere Dinge. Und halt vier, also drei Neuersprechkeitsgrad-Kamera, Charakter und dann vier neue Level. Das war es jetzt erstmal eigentlich. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich werde es halt auch noch auf anderen Stores hochladen, zum Beispiel Amazon Play. App Store, ein Samsung Galaxy, irgendwas App Store oder wie das Ding hießt. Und dann noch, ich weiß noch zwei oder drei, ein oder zwei andere Stores. Ich weiß nur nicht, wie die hießen. Das ist mir jetzt absolut entfallen, was schade ist. Das habe ich jetzt noch genannt. Ich muss nochmal nachgucken. Das wäre wahrscheinlich in der Beschreibung geschrieben. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst zu sagen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, ich werde den nächsten Tag mal schauen, dass ich das Zeug hier irgendwie hochkriege. Oder auf meiner Seite. Und ja gut, das war es. Wie gesagt, ich werde das Zeug hier. Und ja, das war es.